Mal sehen, wo uns der Weg jetzt hier hinführen wird. Das ist voll geil gemacht. Das ist richtig atmosphärisch hier. Gibt's den Mond? Ja, gibt's. Jo, dahinten ist nächster Checkpoint. Jo, okay. Wunderbar. Äh, bleh. Ach, wir müssen hier runter. Na denn? Nun, gut. Jetzt sprintet auch. So. Da ist noch ein Swarner. Da vorne auch. Oh, dann haben wir hier ein kleines Lager. Hm, schon wieder Essen. Ich mag Essen. Äh, moin. Okay, hier geht's nicht längs. Ich glaube, ich höre Skelette. Ein Pony. Ich hab... Ich hab keinen Plan, wie man sich hier Pferde ziehnt. Ja, leck mich. Leck mich. Wo geht's denn längs? Wupp. Wupp. Ah, hin. Oh. Der sieht böse aus. Stirb. Ah, okay. Ich glaub, ich bin richtig. Wo ist mein Bogen hin? Junge! 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 Verreckt! So, Alter! Alter! Das war jetzt nicht fair. Die haben mich hier so halb auseinandergenommen. Seit wann haben die denn Beschriftungen? Oder wie machen die ganzen Adventure-Maps? Menschen? Das. Wortfindungsstörungen. Incoming. Ist das hier Ruin? Sieht so aus, ne? Okay, da geht's nicht lang. Ah. Hier ist ein Eingang. Jawohl, siehst du. Ah. Wow. Chapter 2. Shadebark Valley. Okay. Boah, ich hab mich grad voll erschreckt. Es wird immer düsterer hier von Stadt zu Stadt. Gina Olsen. Our Flower. Oh, hier ist ein Gräber. Ist das ein Friedhof hier? Nee, kann doch gar nicht sein. Tigans Blacksmith. Wow. Okay, da vorne ist ein Husk. Battle Axe. Rückstoß 2. Durable Axe with decent damage. Yo, das nehmen wir doch natürlich mal direkt mit. Ah, okay. Die hat Rückstoß. Ja, mehr geht's auch nicht. Da vorne war jetzt ein Husk. Jetzt hab ich keine Ahnung mehr, wo der ist. Yo, der ist hier gepanzert. What the hell? What the hell? What the hell? What the hell? Die geben wir ja gar keine EP. Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir das Eisenschwert nehmen. Das macht, glaube ich, mehr. So, what the hell? What the hell? Jawohl. Klar. So. Alter. Soll mich mal nicht so tönen? Froh essen. Essen, essen. Ah. Sadness. Ochs in. Okay. Innkeeper's note. This note seems to tell me where to go. The book seems very old. Okay. Boah, richtig atmosphärisch. Hidden Path. Castle Ravenrock has its fair share of secrets. One of them is the hidden entrance through the catacombs. No one has ever managed to recover the key, however. Some say that the key is hidden deep inside Riffen Woods. No one dares enter that foul place. And now we are left here to rot in this accursed valley. I can't take the suffering of the village people anymore. I'm going to find that blasted key and seek refuge inside Castle Ravenrock. This will probably be the death of me. But I'd rather die fighting than succumb to this plague. I'm going to leave the note here. If someone were to find this note, please follow the road towards Castle Ravenrock. Then turn right as you see the gates of Ravenrock. Enter Riffen Woods and cross the river. I haven't been that far away from the village before. I only hope that whoever finds this note will cautious. Sincerely, Jadis Wagner. Okay, wir müssen jetzt zu einer Burg hingehen. Es stellt sich nur die Frage, welche Burg und wo wir diese Burg finden. Das war jetzt gerade ein Notizbuch über einen Mann, der sich denn begeben hat. Ich bin mal gespannt, was uns da erwarten wird. Auf jeden Fall würde ich den Tower hier nochmal eben auskundschaften, ob sie irgendwas gibt. Warte, das kriege ich hin. Irgendwie. Nein, oder auch nicht. Naja, ist ja auch egal. Ja, dann werden wir jetzt mal zur... Wow, 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 wow. Wow, war das knapp, Mann. Alter. Haha. Junge. Hui. Ich glaube, wir sollten hier mal kurz ein bisschen verweilen. Dass sich unser Leben ein wenig regeneriert haben. Okay, das könnte jetzt eigentlich dauern... Oh, da sind zwei Husks da draußen. Okay, das ist ein Nahkämpfer. So, siehste, das war der erste. Gut, die Nahkämpfer kriegt man sowieso immer schneller tot. Okay, so. Äh, was ist denn das da hinten? Kamen wir da vorne her? Oder ist das ein anderer Weg? Ich glaube, da kamen wir her, ne? Oder? Obwohl, ne, ich meine nicht. Hier ist ein Fluss. Äh, ich glaube, wir kommen hier noch nicht mal rüber. Ne, da kommen wir nicht rüber, schade. Ich laufe hier einfach mal längs am Ufer. Ach, jo! Alter Verwalter! Das ist die Burg, glaube ich. Und hier sind überall Gräber. Sieht so wie Familiengräber so ein bisschen aus. Hier, mit diesen hier... Bäh! Catacombs. Okay, da kommen wir noch nicht rein. Da brauchen wir wieder einen Schalter oder so einen Knopf. Alle tot. Ah, wie soll man denn kommen? Ah! Wie soll das gehen? Ah, davon ist noch ein Husk. Okay, der will kämpfen. Jo, da spawnt direkt erstmal noch ein anderer. Ich geh hier einfach mal längs. Castle Ravenrock. Da ist es. Da ist der Eingang. Restricted Aurea. Scheiße! Nein! Okay, also hier kommen wir nicht durch. Dann müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Irgendeinen anderen Weg. Wah, 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 wah. Drecksvieh. Er meinte ja in den Notizen Turn Right. Also scheint das hier ja wohl richtig zu sein. Ich hoffe es zumindest. Okay, shit, hier nicht. Da habe ich mich jetzt in die falsche Richtung begeben. Dann gehen wir einfach mal hier hoch. Und schauen mal, wo uns das hier hinführt. Uiuiui. Uiuiui. Da mache ich mal einen Screenshot von. Das sieht nämlich cool aus. Ah, wir sind richtig. Hier ist ein Checkpoint. Moment. Okay. Wow. Was ist das hier denn? Wow. Wow. What the fuck. Junge. Junge. Was sollt... Haha. Voll die Falle. Bas agreementana. OFF. WINGEN. Knありますe nicht?